Musik Ich heisse Ivana Tomic und bin Abteilungsleiterin des Co-Packing und Reinigungsteam im Lagerhäuser Aarau in Schafstein. Im Jahre 1999 kam ich in der Schweiz als Babysitterin, um Geld zu verdienen. Mein ursprüngliches Ziel war, auf eigenen Füße zu stehen und danach wieder nach Kroatien zu meiner Familie zu kehren. Durch meine Schwägerin erfülle ich, dass die Lagerhäuser Aarau im Co-Packing Mitarbeiter sucht. Schon im Dezember 1999 begann ich bei den Lagerhäuser im Co-Packing zu arbeiten. Nach dem Neubau der Halle 7 bin ich vom Rupperswil nach Schafstein mit dem Co-Packing gezogen. Kurze Zeit später durfte ich in das ausgelagerte Lager im Cargo Service Center in Aarau als Gruppelleiterin von 13 Mitarbeiterinnen ein Team zu führen. So begann meine Karriere als Leiterin des Co-Packing. Heute führe ich teilweise ein Team von bis zu 40 Mitarbeiterinnen und das macht mir Spaß. Für meine Zukunft habe ich Ambitionen. Ich sehe mich in fünf Jahren als Nachfolgerin von meinen Vorgesetzten. Die festgelegten Ziele kann ich aber nur dank guter Zusammenarbeit meinem Team erreichen. Wir respektieren uns und trotz unterschiedlicher Kulturen und Nationalitäten. Mein Team ist das beste Team, das man sich wünschen kann. Sie stehen hinter mir und sind immer bereit, volle Einsatz zu leisten. Die Lagerhäuser Aarau legen als Familienbetrieb große Werte auf gute Sozialleistungen. Sie fordern außerdem die Aufstiegsmöglichkeiten und bieten dafür die externen Schulungen kostenlos für ihre Mitarbeiter an. Die Lagerhäuser Aarau gibt jedem, der gerne hier arbeiten möchte, eine reale Chance auf eine Arbeitsstelle. Daher ist sie im verschiedenen Wiedereingliederungsprogramm tätig. In diesem 17. Jahr ist die Lagerhäuser Aarau wie zweite Zuhause für mich und mein Team ist es wie zweite Familie geworden.